Hallo und herzlich willkommen bei AUSES Gold und Silberminen mit einem aktuellen Minenbriefing zum 3. Advent mit dem Titel Gold, Silber, Minen. Optimale Ausgangslage für das Jahr 2021. Übermorgen folgt dann übrigens ein für alle unsere Kanalzuschauer frei verfügbares Minenporträt zu einer wachstumsstarken nordamerikanischen Gold- und Silbermine, die auf unserer Minen-Top-10-Liste vom 4. Oktober, Sie erinnern sich vielleicht, aufgeführt war und aktuell auch mehrheitlich von unseren Kanalmitgliedern als Minenporträt gewünscht wurde. Die Abstimmung endet ja heute 24 Uhr, aber es sieht danach aus, als würde diese Mine die Abstimmung gewinnen. Mein Name ist übrigens Hannes Zipfel und zusammen mit meiner Partnerin Natalia Baryshnikow betreuen wir diesen Kanal sowie drei investierbare Echtgeld-Portfolios bei Wikifolios, die Sie am unteren Rand des Bildschirms eingeblendet sehen. Und um auch diese recht persönliche Frage aus der Community zu beantworten, ja, meine Partnerin ist über fünf Ecken mit dem berühmten lettischen Ballett-Virtuosen, Regisseur und Schauspieler Mikhail Nikolaevich Baryshnikow verwandt, der unter anderem Gastauftritte in der US-Kult-Serie Sex and the City hatte und am 27. Januar seinen 72. Jahrestag feiert, an dem man in vielen slawischen Ländern übrigens nicht dem Jubilar, sondern, sofern noch unter uns weilend, der das Kind auf die Welt gebracht Mutter zum Geburtstag gratuliert. Das war auch für mich neu, aber das nur am Rande. Folgende Inhalte haben wir heute für Sie vorbereitet. Am kommenden Dienstag präsentieren wir Ihnen ein freies Videoporträt zu USAS. Das ist das Börsenkürzel für America's Gold and Silver Corporation. Das Unternehmen ist deshalb sehr interessant aus Anlegersicht, da sich mit der Relief Canyon Mine in Nevada neue massive Wachstumsmöglichkeiten ergeben. Das erste Gold wurde bereits gefördert und die Mine wird voraussichtlich noch bis Jahresultimo ihre volle Produktionskapazität erreichen. Das Unternehmen besitzt und betreibt zusätzlich die Kosala-Mine in Sinaloa, Mexiko und hält 70% an dem Galena-Komplex in Idaho in den USA. Da sowohl in der aktuellen Gold und Platten Mitgliederabstimmung die America's Gold and Silver Corporation führt, die Abstimmung läuft ja noch bis heute Abend, 24 Uhr, und wir zudem das Unternehmen auf unserer Top-10-Liste für Minenporträts aufgenommen hatten, wird es übermorgen für alle Kanalzuschauer ein freies Minenporträt zu dieser Goldmine geben. Wir hatten ja angekündigt, einmal pro Monat ein freies Minenporträt sowie ein freies Minen-News-Video für alle Zuschauer anzubieten. Und es gibt auch noch ein Add-on, dazu aber am Ende des Videos mehr. Der nächste Themenkomplex zielt auf die optimale Ausgangslage 2021. Und da möchte ich beginnen mit dem Weltgoldpreis, wo Sie sehen, dass in allen Währungen außer US-Dollar der Goldpreis seinen Trend sehr gut fortgesetzt hat, auch in Dollar, als er Türschen erreicht hat. Aber seit 6. August sehen wir hier eine Abwärtsbewegung, die meiner Meinung nach aus einem Missverständnis herrührt, und zwar einem zu optimistischen, speziell in den Vereinigten Staaten von Amerika. Grundsätzlich muss man sagen, ist in Anbetracht der relativ ausgeprägten Korrektur bei Gold und Silber die Situation bei den Minenaktien recht erfreulich. Und ich habe hier mal einen Prognosepfeil eingezeichnet. Und Sie sehen, dass spätestens Ende des Jahres, Anfang des Jahres wir nach oben ausbrechen sollten und hier auch neue Höchststände beim Goldpreis vollziehen sollten. Und Sie sehen, dass die Dynamik uns ganz klar wieder Richtung 2000 treibt. Warum, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wenn die Amerikaner mal ein bisschen mehr ihren Fokus noch an Europa richten würden, würde ihnen auffallen, dass wir in Deutschland ab nächster Woche Mittwoch einen harten Lockdown haben werden, der in anderen Ländern Europas bereits Realität ist oder war. In den USA, das sind die aktuellen Zahlen vom 12. Dezember, sehen Sie, dass die Tests zwar zurückgehen, aber die Daily Cases, also die täglichen Ansteckungen steigen, natürlich in dem berühmten Wochenrhythmus. Wir sind da jetzt fast bei 250.000. Die Hospitalisierung sind das eigentliche Problem. Wir haben in Kalifornien nur noch 15% freie Notfallbetten. Und wenn das passiert, so der Gouverneur Kaliforniens, dann wird in vier der am meisten betroffenen Distrikte, die in der Regel am Meer liegen, ein Lockdown, ein harter Lockdown starten. In den L.A. ging es los und jetzt zieht sich das eben von Norden, von San Francisco bis runter nach San Diego. Und das wird sich ausweiten auf die Ostküste, auf den mittleren Westen, auf den mittleren Osten. Also es schwappt so eine richtige Welle von Osten nach Westen rüber. Das können Sie bei der Johns Hopkins Universität auf der entsprechenden Karte dort sehen. Aber auch Texas sehr, sehr stark betroffen. Auch die ländlichen Gegenden sehr, sehr stark betroffen. Und das überfordert das Gesundheitssystem. Und die Virologen, die Epidemiologen und die Mediziner sagen alle, wir können nicht bis Ende März warten, bis wir durch die Impfstoffe eine ausreichende Wirkung erzielt haben. Selbst wenn wir jetzt in Amerika eine Plateau-Bildung sehen, die wir nicht sehen, weil es keine Lockdowns gibt, weil das Thanksgiving-Wochenende hier noch mit eingearbeitet wird als Super-Spread-Event, weil wir Weihnachten in Amerika vor der Tür stehen haben und sich dort niemand um einen Lockdown kümmert und auch nicht um Silvester kümmert. Da läuft alles wie gehabt weiter. Also werden die Zahlen auch steigen und das Ganze wird dann scheitern an der Überlastung des Gesundheitssystems. Davon bin ich fest überzeugt. Sie sehen, wir haben hier neue Todeshöchststände. Und mittlerweile ist es so, das ist ein sehr großes Thema in der US-Presse, dass wir jeden Tag so viele Tote haben wie bei 9-11. Daily 9-11. Aber es interessiert die wenigsten. Und das ist eine gefährliche Situation, die meiner Meinung nach die Märkte nicht auf dem Schirm haben. Deshalb wird es nochmal zu einem massiven Rückschlag kommen. Denn zwei US-Pharma-Hersteller haben schon gesagt, sie können nicht liefern. Pfizer und BioNTech haben gesagt, sie haben Probleme mit den Rohstoffen. Es kann nur die Hälfte geliefert werden. Es gibt Verzögerungen. Die Logistik ist ja schwierig. Wie gesagt, zwei Hersteller haben ihre Produkte vollkommen aus der Studie rausgenommen. Die Märkte preisen keinerlei Verzögerung, keinerlei Probleme mit ein. Aber die Experten sagen, es wird mindestens bis Ende März dauern, bis wir hier wirklich nachhaltige Durchimpfungen, also Durchseuchungseffekte, auch durch Impfungen sehen. Das sind von jetzt ab noch dreieinhalb Monate. Wenn Sie sich mal diese Zahlen anschauen, was in dreieinhalb Monaten alles passieren kann, würde es mich nicht wundern, wenn der Markt zwischenzeitlich nochmal den Mut verliert. Ja, Wettlauf zwischen Impfstoff und Lockdown. Sie wissen, wir haben in Amerika nach offizieller Statistik nur 10,7 Millionen Arbeitslose. Noch sind die Amerikaner nicht bereit, diese Zahlen in Frage zu stellen und ihre extrem rosarote Brille mit Blick nach Europa abzunehmen und erfreuen sich an plump zurechtgebogenen Wirtschaftsstatistiken. Solange ich zurückdenken kann, die ersten Ausgaben auch der Telebörse noch auf Sat.1 kam, der Markus Koch dazu, ich habe auch sein Buch gelesen, der Börsenkoch. Man merkt einfach, wie das ansteckt, dieser amerikanische Optimismus. Und wenn man seine täglichen Shows anschaut, dann denkt man, man ist in dem falschen Film. Die Amerikaner leben noch nicht auf einem anderen Planeten, empfinden das aber so. Sie glauben, sie leben in einer heilen Welt. Das Gegenteil ist leider der Fall. Ja, wie gesagt, 15 Prozent freie Betten noch in Kalifornien, 30 Prozent durchschnittlich im Rest Amerikas. Experten sagen, das dauert noch zwei bis drei Wochen, und dann sind wir dort im Lockdown-Modus mangelsfreier Kapazitäten. Und täglich kommen über 100.000 Hospitalisierungen dazu. Und die führen zwangsläufig zunächst zu lokalen und anschließend zu landesweiten Lockdowns. Und diese Entwicklung wird noch in diesem Jahr stattfinden, lange bevor frühestens im März die Impfstoffe ihre breiten Entwicklung entfalten können. Amerika bekommt jetzt bis Jahresende drei Millionen Impfdosen. Das entspricht gerade mal ein Prozent der Bevölkerung. Ich will nicht schlecht reden, aber man muss doch realistisch sein. Man kann doch nicht jetzt Sachen vorausnehmen, die später gar nicht stattfinden. Aber daran sind die Amerikaner bekanntlich Weltmeister, bis sie die Krise erkannt haben und dann scharf gegen reagieren. Ja, der Markt ist daher unserer Meinung nach viel zu optimistisch und naiv in Sachen möglicher Fehlentwicklung und Verzögerung. Es kann so viel schief gehen und es wird vieles schief gehen. Auf der Folie, die Sie jetzt sehen in Sachen Konjunkturdaten, wirkt die aktuelle Absurdität besonders an den Arbeitsmarktdaten deutlich. Die, ja, gefeiert werden, ist ja alles halb so schlimm. Wir haben ja nur 6,7 Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist ja nur 1,7 Prozent von Vollbeschäftigung entfernt. Worüber machen wir uns Gedanken? Andererseits hört man, das ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Manche reden von der größten Wirtschaftskrise seit 300 Jahren. Warum ist das so? Nun ja, nach den offiziellen Daten des Department of Labor Statistics waren im November gut 10 Millionen Amerikaner arbeitslos, was einer Quote von eben 6,7 Prozent entspricht. In Wahrheit, und das sehen Sie auf dieser Statistik, gab es gut doppelt so viele Arbeitslose, nämlich 20,2 Millionen, wie die Statistik der Arbeitslosengeldempfänger, also der Transferleistungsempfänger, offenbart. Selbst der jüngste Bericht des US-Rechnungshof weist explizit auf die starke Verzerrung der Arbeitslosenstatistik hin. Ein Großteil der Arbeitslosen wird als nicht mehr arbeitssuchend unter den Tisch gekehrt, obwohl bekannt ist, dass nach Ende des Leistungsanspruchs die Betroffenen aus der Statistik herausfallen. Doch durch die Hilfsprogramme der Regierung für Transferleistungsempfänger fliegt der Schwindel nun langsam auf, wie man in folgender Statistik sieht. Und zwar sind die meisten Arbeitslosen, die in der Statistik, die Sie hier sehen, sind diese beiden Punkte nicht enthalten. Hier sind sie enthalten. Und das sind die größten, nämlich Pandemic Unemployment Assistance. Das bedeutet, dass viele Arbeitslose nicht nur sechs, sondern neun Monate und deutlich mehr Geld erhalten pro Monat und nochmal ein Sonderscheck über 1200 Dollar. Einige bekommen 600 Dollar pro Woche zusätzlich zum regulären Arbeitslosengeld. Das sind 2400 Dollar. Dann sehen wir die Pandemic Emergency Unemployment, was auch immer das heißen mag. Auf jeden Fall ist das auch ein Sonderprogramm, muss ich nochmal nachschauen, in dem knapp 4,6 Millionen drin sind. Wenn Sie das hier zusammenzählen, dann sind Sie bei 13 Millionen Menschen, die Transferleistung erhalten und in der offiziellen Statistik nicht auftauchen. Aber hier tauchen Sie eben auf 20 Millionen und das entspricht einer Arbeitslosenquote von 5, 10 Prozent. Die Leistungen übrigens enden zum Jahresultimo. Jetzt am Freitag sollte es eine Einigung geben im sogenannten Divided, also gespaltenen Kongress zwischen den demokratischen Mehrheitsführern im Senat und der demokratischen Mehrheitsführerin im Abgeordnetenhaus. Ist nicht zustande gekommen. Jetzt hat man noch ein bisschen Luft. Aber wie gesagt, wir haben auch eine Art politischen Lockdown. Präsident Trump kümmert sich um nichts mehr. Er sagt, er möchte Gesetze blockieren, er möchte sein Veto einlegen. Dann würde das Ganze eine neue Runde laufen. Dann müsste eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern erzeugt werden. Das wird noch schwieriger, noch mehr Kompromisse. Also Amerika reitet auf der Rasierklinge und sie nehmen es nicht wahr. Die leichten Korrekturen der letzten beiden Tage sind vielleicht ein Anzeichen dafür, dass ein Hauch von Ahnung dessen, was auf sie zukommt, jetzt um sich greift. Bislang hat die US-Administration für 2021 laut internationalem Währungsfonds IWF 15% des US-Bruttoinlandsprodukts als Wirtschaftshilfen ausgekehrt, finanziert durch die FED. Der IWF rechnet trotzdem noch mit einem BIP-Rückgang in den USA von 3,8%. Ohne die massive Neuverschuldung wäre die US-Wirtschaft demnach um über 18% implodiert. Das wäre der größte Einbruch seit der Great Depression der 30er Jahre mit ebenfalls 20% Arbeitslosigkeit, Millionen hungernden Menschen und Obdachlosen. Und selbst wenn der Virus dank Impfstoffen und Medikamenten zurückgedrängt wird, bleibt ein Großteil der Schulden und vor allem tiefe Nahrung im sozialen Gedächtnis bestehen, wie nach der Weltfinanzkrise. Viele haben sich davon nie wieder erholt vom Verlust ihrer Häuser, wohnen heute noch in Trailern und Autos. Zudem stellen Mediziner immer öfter das Phänomen der erneuten Ansteckung und der Langzeitkranken fest, war heute erst wieder ein Thema beim Presseclub. Gold, Silber und die Minen sind für dieses Umfeld als sichere Krisenhäfen prädestiniert. Viele andere grotesk überbewertete Vermögenswerte sind es definitiv nicht. Aber wenn Tulpenzwiebeln im Preis explodieren, finden sich genug spekulative Käufer, auch Robin Hooder, die wieder die Vernunft, aber ohne Happy End ihr Geld hinterher schmeißen. Das wollen wir nicht tun. Hier sehen Sie mal klar dargestellt die Entwicklung, das sogenannte ökonomische Defizit, das sogenannte Total Debt, also öffentliche Haushalte, nicht finanzielle Unternehmen, Banken und Privathaushalte sind jetzt bei 80 Billionen Dollar angekommen. Das BIP geht in die andere Richtung. Die Schere geht so weit auseinander, das hat mit Normalität nichts zu tun. Wir sind bei einer Relation der Gesamtverschuldung zur gesamten wirtschaftlichen Wertschöpfung in den USA von 421% Schulden zum BIP. Das ist nicht mehr tapbar, das ist auch nicht mehr taperbar, sprich die FED kann sich hier als Finanzierer der letzten Instanzen nicht mehr aus dem Markt verabschieden. Dann sehen wir eine Repokrise aller 2019 hoch 10 und sie kann auch die Zinsen nicht mehr anhalten, weil diese Schulden sind mit normalen Zinsen nicht mal mit positiven Realzinsen noch tragbar. Das ist ein perfektes Umfeld für Edelmetalle. Und die Schulden steigen weiter. Wir sind jetzt hier beim Jahr 2020 und da sehen Sie, dass das Institut für International Finance, das ist ein Verbund von Banken, Finanzdienstleistern und anderen Institutionen, die sich mit Geld beschäftigen und die versuchen nachhaltiges Wirtschaften in der Finanzindustrie zu forcieren und müssen leider feststellen, dass ihr mittlerweile berühmtestes Werk der Global Debt Monitor geworden ist. Und Sie sehen, dass Sie in allen Bereichen im Financial Sektor, General Government, Non-Financial Corporates, Haushalts, es explodiert. Und das hier würde ich mal noch als konservative Schätzung betrachten. Die Situation wird nicht besser und damit wird das Umfeld der Edelmetalle immer besser. Denn mehr Schulden, niedrige Zinsen, et voilà. Wenn dann noch das Vertrauen in die Fiat-Währung sukzessive sinkt, gibt es nur einen Weg für Gold und Silber, für die monetären Edelmetalle mit intrinsischem Wert und jahrtausendealtem Werterhalt, nämlich nach oben gegen Fiat-Währung. Und ich werde im nächsten Video, das hatte ich gestern gezeigt in dem Video für die Mitglieder, nochmal darauf eingehen, zum Thema Outperformance der Minen versus Gold und Silber. Da gibt es sehr unterschiedliche Betrachtungszeiträume, aber in vielen Betrachtungszeiträumen, zum Beispiel auf drei Jahre, auf fünf Jahre oder auf 20 Jahre, sind Goldminen sehr viel besser gelaufen. Ja, quasi wie Derivate mit entsprechendem Marginhebel. Und die Daten sehen gut aus. Was überhaupt nicht gut aussieht, ist die Verschuldung der Emerging Markets. Da sind ja im Frühjahr 100 Milliarden abgeflossen. Der IWF hat dann zusammen mit der Weltbank und mit den Mitgliedern des IWFs ein 100 Milliarden Rettungspaket zur Verfügung gestellt und nochmal ungefähr 24 Millionen Dollar Soforthilfe. Die sind zu 100 Prozent ausgeschüttet. Jetzt haben wir folgendes Problem. Nächstes Jahr, im Jahr 2021, ist leider ein Jahr, in dem extrem viele Tilgungen stattfinden. Hier oben steht zwar sieben Trillionen, aber das deckt sich nicht mit der Ordinate hier links. Aber Sie sehen schon, wie das Jahr 2021 in Sachen Umschichtung und Tilgung herausragt. Die Notenbanken können gar nicht anders, als das durch Gelddrucken zu finanzieren. Das nur am Rande. Wenn Sie es nicht tun, sehen wir eine neue, gewaltige Emerging Marketschuldenkrise. Bleiben wir bei den Schulden. Wie sieht es denn aus in Deutschland? Da hieß es noch im Sommer von Olaf Scholz und der Kanzlerin, alles wird gut, v-förmige Erholung, Weihnachten ist alles wieder offen. Gut, Fehler kann jeder machen. Jeder von uns hat sich schon mal geirrt. Aber das, was jetzt ansteht, ist wirklich der Hammer. Gegenüber dem ersten Entwurf, so Olaf Scholz, im September hat sich die Neuverschuldung für 2021 verdoppelt. Ja, verdoppelt. Das war doch klar. Ich meine, was haben die denn geglaubt, was passieren würde, dass das einfach vorbei geht und dann ist gut. Also das grenzt schon an nicht mehr verständliche Naivität in der Politik. Ich verstehe, warum die Geschäfte größtenteils offen bleiben, die Supermärkte und vor allem die Firmen. Weil wenn wir einen harten Locktop sehen, wie im März, in dem auch die Unternehmen schließen, in dem die Schulen schließen und dementsprechend die Arbeitgeber gehindert oder gehemmt sind, zur Arbeit zu gehen, bricht unser Wirtschaftssystem zusammen. Deshalb müssen die Firmen offen bleiben und dass auf dem Weg zur Arbeit in den S-Bahn, in den U-Bahn, in den Straßenbahnen die Superspreading-Events stattfinden. Das ist egal. Die Wirtschaft muss am Leben bleiben. Wir haben ja noch Glück, dass wir nicht in die Kirche müssen zu Weihnachten, weil so stark war die Lobby dann doch nicht. Aber die Wirtschaftslobby, die wird verhindern, dass es zu einem echten, harten Lockdown kommt. Und vielleicht ist es auch notwendig, denn man möchte nicht zugeben, das System ist de facto am Ende. Man versucht sich durchzuwurschteln, aber ob das bis März gelingt, ob das bis zur Durchseuchung gelingt oder ob es Mutationen gibt oder ob es zu Verzögerungen kommt oder zu Neuansteckungen trotz Impfung oder zu Nebenwirkungen bei noch nicht getesteten speziellen Gruppen, Das kann man alles nicht voraussagen. Die Gemengenlage ist jedenfalls mit so vielen Unwägbarkeiten gespickt, dass die Rallye an den Aktienmärkten schon etwas von der Groteske der Jahre 2000 und 2008 hat, wo ja im Sommer Bear Stearns Pleite ging und mit Staatsgarantie von JP Morgan aufgekauft wurde, hat niemanden interessiert. Erst bei Lehman Brothers fiel der Groschen dann aber richtig und genauso schätze ich wird es jetzt auch sein. Ja, ganz kurz noch zu der Frage, wer bezahlt die Corona-Schulden eigentlich? Im Gespräch sind auf Bundesebene ein Corona-Soli, Steuererhöhungen für Besserverdienende, obwohl man da sehr, sehr schnell reinkommen kann, auch gerade als Ehepaar, Vermögensabgaben, Lastenausgleichszahlungen aller 1952 fortfolgende und entschädigungslose Vermögenskonfiskationen von sogenannten Superreichen zur fairen Lastenverteilung der Kosten der Pandemie. Wie zuletzt von Frau Annalena Baerbock, Idee geäußert, sie ist immerhin Bundesvorstandsmitglied von Bündnis 90 der Grünen. Und die Gefahr ist, umso öfter solche Umverteilungs- und Enteignungsforderungen wiederholt werden, umso salonfähiger werden sie und umso größer wird der Gewöhnungseffekt. Gold schützt bis zu einem gewissen Grad vor Konfiskation durch seine Anonymität beim Einkauf, zumindest im Rahmen der gesetzlichen Limite, in der Schweiz sind sie ja noch etwas anders, und vor allem beim Verkauf, denn hypothetisch kann der Verkauf fiktiv ja bereits erfolgt sein. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Edelmetallen und Aktien sind deren Fungibilität und Mobilität gilt aber natürlich auch für andere Ersteklassen, wie zum Beispiel Bitcoin. Wenn wir uns anschauen, wie sieht es denn aus in den Profi-Portfolios in Anbetracht dieser wahnsinnigen Gemengelage? Portfolio for all seasons, nennt ihr Quietly Saving in London das Portfolio, da haben sie drin Domestic Equity, Equity sind Aktien, Domestic Small Cap, also Aktien kleiner Unternehmen, Developed World, Developed World Small Cap, Developed World Value, Emerging Markets Property, also Immobilien, Government Bonds, speziell britische Staatsanleihen und Government Bonds, Index Linked, also Inflations indiziert. Wenn wir uns mal BlackRock anschauen, den größten Vermögensverwalter diesseits und jenseits des bekannten Universums, was haben die denn so drin? Die haben 5% Materials drin und 33% Financials, wo die BaFin sagt, okay, wir verlängern mal die Abschreibungspflicht von faulen Krediten, ansonsten wären Standipede, südeuropäische Banken sofort bankrott, da investieren die in Financials, was ist los bei BlackRock? Mein Gott, und die verdienen so viel Geld. Ich kann es nicht nachvollziehen, auf jeden Fall von Gold, Silber, Euphorie ist hier nicht zu sehen. Schauen wir uns noch ein drittes Portfolio an, ebenfalls von BlackRock, vom 15. Januar ist es allerdings noch, und TMT-Technik, Real Estate, Materials, also Informationstechnologie, Healthcare, Financials, Communer, Consumer. Und das Einzige, was sie im Rohstoffbereich haben, ist Energy and Utilities, also Versorger und Energie. Und da haben Utilities sind IPPS, Öl und Gas, und da gibt es noch ein bisschen Kohle und Renewable Electricity. Von Gold, Silber ist hier nicht zu sehen. Okay, die Minen können vielleicht irgendwo unter Aktien, unter Small Caps versteckt sein, aber Gold und Silber kommt nicht vor. Es gibt keine Euphorie bei den Profis in Sachen Gold und Silber, sind wir weit von entfernt. Und das kann sich nächstes Jahr sehr schnell ändern und spricht für die Branche, die sehr gute Quartalsergebnisse berichtet hat, die aber leider alle untergegangen sind. Wir haben positiv überrascht, fast 80% der Analystenschätzung, EPS über Vorjahresquartal 96%, publiziert 100%, Dividendenanhebung 68% und das vierte Quartal dürfte noch besser werden. Ich hatte gestern ein Unternehmen vorgestellt in den Wochen News, dass seine Schulden auf Null reduziert hat. Und das machen viele Unternehmen, die entschulden sich und arbeiten mit den Streamern und Royalties zusammen. Und das ist eine perfekte Harmonie und diese Unternehmen reüssieren, interessiert aber keine Sau. Warum? Weil die Masse der Anleger glaubt an Technologie, glaubt an den Erfolg des Verkaufs von CO2-Zertifikaten von Tesla. Autos sieht man nicht so viele, aber damit verdienen sie auch kein Geld. Aber sie glauben nicht an diese fundamentale Boom-Branche in einem säkularen Aufwärtstrend des Gold, Silber, Platin und Palladium Preises. Im Moment läuft Platin, Palladium und Eisenerz und Kupfer, aber das sind Spätzyklika. Das eigentliche Zukunftspotenzial liegt bei den monetären Edelmetallen, weil wir sind im Endspiel des ungedeckten Fiat-Geldes. Hier habe ich Ihnen nochmal mitgebracht die Statistik der Woche, die ich den Kanalmitgliedern schon mal gezeigt hatte. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, liebe Kanalmitglieder, dass ich die hier nochmal zeige, weil sie passt einfach rein. Wir sehen schon die ersten Anhebungen der Dividenden und zwar zum Teil saftig der Minenunternehmen, vor allem der Großen hier mal selektiv ausgewählt. Und wir haben Dividendenrenditen zum Teil 2,6% bei Newman. Also hier geht es richtig auch in Sachen Value vorwärts. Sie haben es vielleicht mitbekommen, wenn Tesla jetzt in den S&P 500 aufsteigt, der hat einen KGV von knapp über 20. Und Tesla wird aufgenommen in diesen Index, dann explodiert das KGV des S&P 500 auf über 40. Das ist nicht mehr normal. Wir haben hier im Branchendurchschnitt einen KGV von 26 und für nächstes Jahr von 19. Also worauf warten die Leute? Aber so ist Börse. Börse ist bipolar, man braucht Geduld. Aber wenn eine Story so gut ist und wenn die Naturgesetze auf der eigenen Seite sind, dann muss man nur noch die Psychologie zusammenhalten und dann klappt es. Ich kann mich erinnern, ich habe 2006 Vorträge gehalten, damals zu jeder einzelnen großen amerikanischen Stadt Preisindizes gezeigt zum Verlauf der Immobilienpreise. Die hatten alle schon ihren Zenit 2006 überschritten. Es gab eine Seite im Internet, wo zum Schluss 800 Hypothekenfinanzierer pleite waren. Ich habe die Videos gezeigt. Die Reaktion der Kunden war, ja Herr Zipfel, Sie sind wie eine kaputte Uhr. Irgendwann werden Sie schon mal recht haben. 2008 ist das ganze Ding implodiert. Ja, hätte man vorher sehen können. Genauso ist es jetzt, nur dass es diesmal sehr viel schneller geht, weil die Covid-Zahlen beschleunigen die Gesamtsituation extrem. Sie zwingen zum Lockdown und sie zwingen die Fiskal- und Geldpolitik zu noch aggressiveren Schritten und dabei zu bleiben, was das Umfeld für Gold und Silber nachhaltig positiv gestaltet. Ja, den Schad kennen Sie schon, positive Korrelation zwischen Goldpreis und Geldmenge. Das ist der Trendverlauf. Dunkelrot, die Geldmenge, die explodiert. In der Finanzkrise hat Gold überschossen, jetzt noch nicht. Wir haben Potenzial rüber zu laufen. Wir können bis 2350 2,4 laufen und dann sind wir immer noch adäquat zur Geldmenge. Da haben wir immer noch nicht überschossen und genau das erwarte ich für 2021 neue Höchststände, Gold, Silber, Euro in Euro und in US-Dollar. Die Fiat-Geldmenge ist unendlich ausweitbar. Lassen Sie sich nicht einreden, dass das Pulver der Notenbanken verschossen ist. Eine Zentralbank, die über das Geldschöpfungsprivileg verfügt und mit einem Mausklick Billionen von Dollar schaffen kann oder diese nur ankündigen kann. Oder wie in Amerika jetzt die Zusammenarbeit zwischen Finanzministerium unter der ehemaligen FED-Chefin Janet Yellen und dem jetzigen FED-Chef Jerome Powell. Da kann man ohne weiteres eine riesen Helikopter-Geldaktion aufbauen. Die FED druckt es, das Finanzministerium Treasury gibt es als Steuerrückzahlung an die Bürger zurück und schon haben wir Helikoptergeld vom feinsten aller Zimbabwe und Venezuela. Und wer glaubt, der EZB, BOE oder FED oder der Bank of China hätte ihr Pulver verschossen, der sollte sich mal mit der Bank of Japan beschäftigen, die mittlerweile das komplette Defizit Japans positioniert und der größte Halter japanischer Staatsanleihen ist und der größte Einzelhalter amerikanischer Staatsanleihen. Das ist die Zukunft, da wird es hingehen und nirgendwo anders, nicht die Botsch wird runterkommen, die werden hochkommen. Und genauso wird es mit dem Goldpreis passieren. Und bedenken Sie immer, alles Gold, bekanntermaßen, das es überirdisch gibt, passt unter den Eiffelturm und ist nicht sehr viel. Der Zins ist tot, es lebe Gold. Im Moment haben wir einen Realzins in Amerika von minus 0,6 Prozent, zeige ich Ihnen auch gleich noch anhand offizieller Daten. Die Goldpreisentwicklung 26 Prozent, ist klar. Gold kennt keine negativen Zinsen, et voila, auf einmal hat Gold einen Zinsvorteil. Wenn wir uns das anschauen, hier von FRED, das ist die Research-Abteilung der Federal Reserve von St. Louis. Die Quelle sehen Sie unten, Board of Governors of the Federal Reserve System, also seriöse Quelle. Da sehen Sie hier die Ten-Year Treasury Inflation Index Security, Constant Maturity. Also das sind die Zinsen für die inflationsbereinigten Anleihen, die zeigen die Realzinsen an. Also die Zinsen minus offizielle Konsumententeuerung. Da sind wir im Moment bei minus 0,96 Prozent. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Und da sehen wir hier minus 0,96 Prozent, ein ideales Umfeld. Viele sagen im Moment, ja, die Zinsen werden steigen. Nein, sehe ich nicht. Wie denn? Die FED hat doch erst angekündigt, sie wird eine Operation Twist starten, bei der sie neben der Aufstockung ihrer Wertpapieraufkaufprogramme auch noch von kurz auf längerfristige Anleihen umswitcht, sodass die Hypotheken, die eh schon ein historisches Low bei den Hypothekenzinsen haben, noch billiger werden. Also dieses Umfeld bleibt uns erhalten und auch von der Seite die Voraussetzung für Gold, Silber und die Minen für nächstes Jahr, zumal die Minen sogar noch Dividenden ausschütten, sehr konstruktiv. Kommen wir zum letzten Punkt, Marktimpulse und Wikifolios. Ja, ab 27. Dezember 2020 monatlich und frei zugänglich. Das neue, alte Format Marktimpulse wird für alle frei zugänglich einmal monatlich erscheinen. Wir wollen es relativ kompakt halten, also maximal 12 bis 15 Minuten Länge. Hauptthemen werden das allgemeine Marktsentiment sein, unter anderem anhand des Fear and Greed Index, des Put-Call-Ratios für den DAX und den S&P 500, den Centix Index, die Vola, die Höhe der Wertpapierbeleihungen, die COD-Daten sowie den ZDW-Index. Und außerdem werden wir den Fokus auf die Charttechnik ausgewählter Vermögenswerte sowie den Moneyflow richten, die wir im Wikifolio Global Macro Multi-Asset aktiv traden. Dann noch ganz kurz zu unseren Wikifolios. Da hat sich nicht allzu viel getan. Die Cashquote ist im Global Macro Multi-Asset nach wie vor bei 30 Prozent, über 15 Prozent Jahresperformance. Die Cashquote beim Silbermin XXL oben etwas abgeschnitten ist bei 2 Prozent und beim Ausus Gold und Silbermin bei etwas über 2 Prozent. Und ich denke, dass wir spätestens, wenn die Amerikaner aufwachen und die FED und der Kongress massiv gegensteuern, neue Explosionen bei der Verschuldung, bei der Geldmenge sehen werden. Wir haben ja im Moment schon bei der Geldmenge MZM, also der Basisgeldmenge, also Münzenscheine und Giralgeld, 25 Prozent Steigerung in einem Jahr. In diesem Sinne, glaube ich, können wir sehr optimistisch auf die nächsten Wochen, Monate und auf das nächste Jahr schauen. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen, Sie bleiben dran. Wir werden Sie dieses Jahr noch mit weiteren Videos auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Rest, dritten Advent, eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund, die Lockdowns gehen vorbei, bald ist Weihnachten. Und mit viel, viel Glück machen wir dieses Jahr sogar noch Allzeithöchstände bei Gold und Silber. Aber das ist meine persönliche Meinung. Bis zum nächsten Mal, Ihr Hannes Zipföl.